Noch zwei besiegende Kreaturmissionen sind offen und die schließen wir auch heute ab. Moinsen Leute, willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Ja wie schon gesagt Nummer 14 und 15 warten noch auf uns. Haben wir direkt an, am Stand der Erinnerung. Drei Pikmin-Arten, das sollte klappen irgendwie, denke ich mal. Oder machbar sein, in neun Minuten vor allem. Bisschen länger als letztes mal ne, da waren ja beide ein bisschen glaube ich. Sechs Minuten lang, so im Dreh. Ich glaube sogar echt, genau sechs Minuten ne. Und wir haben wieder Louis, den wir befreien müssen. Aber ist halt echt für Trottl. Sehr ernsthaft. Hier müssen wir den immer retten. Erstmal darf sie hier besiegen, schnell. Wartet mal, sie kann ja schon mal die Pikmin holen. Und pflücken. Die Brittany. Ja, lauft. Ich muss mal rund so. Ja, am Ziel, das ist nicht weit gewesen Mädchen. Ich dachte nur nicht selber mit hier dahin laufen. Das war das einzige Ding. Ja, aufstehen, danke. Bisschen plötzlich hier bitte. Ja, er spuckt gerade perfekt. So, dann erstmal hier. Zack und zack. Erstmal hier ein bisschen vermehren. Also hier. Passt nämlich genau mit den Anzahl der Pikmin, die wir gerade haben. Äh, da bitte hin. Hä? Was machen die denn hier die Trottel? Hast du schon wieder zurückgekommen? War schon fertig. So, erstmal pflücken hier. Hä? Wie fehlt denn jetzt seit 1? Es hat genau gepasst. Es war genau 7. Es kann nicht sein. Es war eins fehlte. Ganz ehrlich jetzt. So, reicht das für das Vieh? Ja. So, gehen wir mal weiter hier. Sie hat die alle gepflückt. Ja, einmal. Ja, die läuft gleich los. Ich würde sagen, jetzt will ich da raus schmeißen. Passt mal auf. Wow, K.O. Die mal hier pflücken schnell. Obwohl, warte mal ist mit dem Sieg. Dann mach mal da mit. Ach, guck mal. Pflücken hier bitte. Oh, nie mal. Ich hab das Ziel erreicht. Ja, sehr schön. Äh. Warte, wo war das jetzt? Da muss ich hin? Warte mal eben fertig hier. Und hol uns Louis. Schon ist er kaum. Der Gegner. Aber wo wollen die dann hin? Da ist die Sonne. Da muss ich irgendwie erstmal weg öffnen, oder? Obwohl, die können da lang. Auch ziemlich sicher. Mittlerweile schon. Wo? Wo ist denn eigentlich mein... Okay, die Felspackmen gehen auch da lang. Ich würd gern Bomben finden tatsächlich vorher. Weil ich jetzt hingehe. Ey, warum wollen die dagegen? Sind die doof? Ja, bevor wir da irgendwie... Bomben finden. Mal eben die Eier aufmachen hier. Und rein da. Rein da hab ich gesagt. Find euch. So, und dann macht er hier mal bitte... Ah, da sind Bomben. Guck mal. Also ich muss mit denen da hinten lang. Alles klar, machen wir. So, sehr schön. Und aufmachen hier bitte. Perfekt, so. Dann nehmen wir die blauen Bomben hier mit. Alle mitkommen, danke. Ach, hier ist offen jetzt? Perfekt. Dann, äh... So einmal bitte. Und so. Ihr könnt mal irgendwie... So. Komm mal mit. Das hier bitte schon mal fertig machen. Wenn es da geht, weil... Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Kann man da aufmachen. Aber ihr sollt mitkommen. Ey, sag mal. Ich rege... Ich rege mal nicht echt russisch. Kann das sein? Den Viechern. Den Pikmin so. Machen wir hier mal eine abkürzende kleine. Auf. So. Und die dritte. Auch noch hinterher. Kann man schon mal füllen. Perfekt. Er hat fünf blaue nur dabei, ne? Das ist ein bisschen wenig. Das können wir hier auch machen eben. Und sich auch vollsaugen. Die auch noch da. Ich hätte noch drei Stück offen. So gefühlt. Das ist offen jetzt, die Bombe, ne? Da aufgesprengt. Wenn wir nochmal drücken. Ein paar rote Pikmin. Sind die die da sind überall noch Gegner? Das sind ja die hier. Warte mal. Dann holen wir uns die gleich. Dann gehst du mal weg mit dem Pikmin. Kannst man das Bomben suchen eigentlich? Ehrlich? Auf. 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 Ey. Blaue. Ich mach mal den eben platt. Guck dir doch nicht viel aus. Reicht doch. Hätt ich viel aus. Den clean da. Und den clean. Ach, ich hab noch blaue da hinten, ne? Überall. Geh wir die mal eben holen. Die haben wir noch abtransportiert. Stimmt hier. Ich glaube fast, ich werd die Pikmin-Teams jetzt aufteilen. Auf die drei. Protagonisten hier. Das macht glaub ich auch durchaus Sinn. Das heißt, Louis kann da unten hingehen. Zu den Fels-Pigmin. Und sich um die kümmern. Er lässt mal die blauen hier so. Die kann dann, äh, Wutchen die gleich holen. Und dann steaks da hinten mal. Verdammt. Verdammt. Zu weit weg gelangt da nun. Der Schleiche ist fest und scheiße. Nein. Du auch? Du willst auch noch Stress hier? Ein paar sind gestorben leider. Aber egal. Nein, das ist eine Zwiebelkrabbe. Okay. So, dann holst du noch die blauen hier eben mal schnell ab. Louis hat die Fels-Pigmin schon. Okay. Zwiebelkrabbe erstmal in die Linie kommen. Macht sie fertig, kommt. Leute. Geht euch doch noch direkt gönnen. Eigentlich. Und wenn sie da fertig sind. Wenn sie hier fertig sind. Die roten. Schaut mal bitte aufbauen hier. Guck mal da oben. Auch noch dumm. Ja. Eigentlich wollte ich die mit dem blauen Pikmin, die sie jetzt alle hat. Denk ich mal. Verdatft die hier besiegen lassen. Genau. Guck mal nicht. Schüttel. Vergiss halt immer, dass ich da oben stehe und nach dir nicht ankomme. Dem. Dem ist ein Pikmin. Ich mach dich schon ziemlich dämlich, muss ich sagen. Da aufbauen. Da hab ich ein Fels-Pigmin geholt. Das ist in dem Fels-Pigmin jetzt gewesen. Ah. Eingesperrt hier. Jetzt war da hinten bleibend. Guck mal mit. Was hier noch zu erledigen. Glaub ich. Du kannst mal die Bomben holen. Guck mit. Dann hier zu der Wand gehen. Schon auch noch hilfreich. Guck ja nie so. Und jetzt hier ein Blom-Pickmin da hinten. Sind fertig, ne? Ja, perfekt. Kümmern wir uns mal um den großen Gegner da. Achso, warte mal. Mal hier einmal aufmachen. Und. Zack. Ich hab noch ein Gegner da. Kann sie noch abmachen. Auf jeden Fall. Hol jetzt mal ein Pikmin da drüben. Jetzt schau ich gleich nicht mehr in der Zeit. Noch hier noch blaue Pikmin. Ich glaub ich zu wenig blaue Pikmin. Ähm. Hier bleiben bitte. Ihr braucht nicht mehr abtransportieren. Auf jeden Fall. Oh. Ungekommen. Er kommt doch jetzt hier hoch. Ey. Sag mal. Ist da noch ein Gegner, den ich nicht platt machen kann mit denen? Ich brauch die blauen Pikmin nur noch, ne? Kann das sein. Dann machen wir die da hinten mal schnell platt den Gegner hier. Das schmeckt wie so ein Klubschall, oder? Ja, war's klar. So, Auge einfach kaputt machen, bitte. Eine Attacke. Macht ihn fertig, Jungs. Und... Ah, fast geschafft. Aber nur fast. Und her. Oh, hier. Und zack. Manche, die manche auf der Strecke bleiben einfach, ne? Und den... Und grad so die Würmler wiedergekriegt. Oh, fast die Goldene, schade. Aber nur fast. Ich hab' ich glaub' ich auch nicht mehr. Ich glaub' ich den Gegner hier im Wasser. Ja, schade. Keiner mehr besiegt. Aber jetzt wüsste ich im Nachhinein zumindest mal, dass ich wohl versteckt auf die blauen Pikmin gehen würde. Welche ich jetzt noch mal spielen würde. Die Frische fehlt auch noch. Ja, und die Blubberblasenviecher da, ja. Okay. Und die Fische, okay. Einer war noch besiegt anscheinend. Grad eben, aber so kurz vor knapp. Die Silbermedaille war's jetzt nur, leider. Aber egal, das reicht mir. Wir haben die drei großen Gegner besiegt zumindest, ne? Die, die jeweils hundert Punkte geben, zusammengerechnet. Kann ich mit leben. Ganz ehrlich. Mach' mal die letzte Mission noch schnell. Aber wach halt schnell. Ich will mir schon Mühe geben, klar. Aber mehr war jetzt nicht drin, als die Silbermedaille. Aber Silber ist immer noch besser als Bronze, ne? Wie ich sehe, hier, obwohl hier nicht so oft eigentlich im Besiege die Kreaturen. Ja, nicht sogar noch relativ. Ja, okay, ich habe jetzt insgesamt dreimal Platin. Bisher. Vielleicht ja noch ein viertes Mal im Machine Park. Ach, ne. Die Map, ey, die mag ich echt nicht. Vier Pygmen-Sorten. Mit den Blumen noch. Ich muss ja nichts abtransportieren, eigentlich. Habe ja vielleicht viele Fluggegner hier in dem Ding. Das kann nicht viel sein. Egal, wie sie schon pflückt. Das Hammer. Ich habe noch keine Gun-Pygmen. Warte mal. Wo kriecht denn welche? Da hinten. Ehrlich? Okay, du lachst jetzt da hin. Direkt. Blitzenwege. Zuerst und wir gucken mal, was wir hier machen können. Werde ich schon besiegen können? Ja. Kleines Vieh nur. So, die kommen hier. So raus, okay. So besser. Ich brauche doch Flügel-Pygmen. Ich bin am Ziel. Ja, die Dinger. Oh nein, der hat Pikmin gesaugt. Scheiße, ich kriege die Pikmin nicht mehr. Wieder. Ich will die Pikmin wieder machen. Die ist weg, oder? Wir brauchen es. Ach, da sind Rote drin gewesen. Guck mal. Sechs, dann. Verwärt euch mal. Sehr schön. Die sind da oben. Brauche ich die Bomben direkt. Okay, dann pflanzen wir die mal nach oben hin. Das war nur eine Brüche anscheinend. Vielleicht auch noch eine zweite. Ne, ist doch schon offen. Ach, guck mal, da wären sie direkt wach, die Viecher. Okay. Was ist denn noch so eine Mauer? Theoretisch. Oder war es das schon? Na, hol dir hier die Blauen noch. Mein Freund. Wird die Gelben schon? So gut wie alle. Zum Start. So war die Bomben, die sie haben. Hast du Gegner, ne? Konnektun wir uns. Ich hab das Ziel, aber ich. Fliegekippen sind da, wenn alles klar. Macht ihn fertig, Leute, Jungs. Shit. Das war nicht so gut mit dem Bomben. Ne, ne, stopp, stopp, stopp. Flügelpickmen, besser. Ich werde schnell darüber tragen. Ja, hier nehme ich jetzt direkt drüber, okay. Scheiße, hier hätte ich da doch nochmal umschalten sollen hier das Ding. Nach wie neu. Kann er hier noch machen? Und hier oben vergehen. Na, die haben auch alle Bomben wieder. Pickmen. Ja, dann lieber nicht. Wir sind zu heikel hier. Nein. Oh, verdammt. Down. Pickmen. Äh, Leute, ich hab ja schon ein bisschen verkackt hier, ne? Ich starte mal neu. Ich nehme mir jetzt mal die Freiheit, das Ding nochmal neu zu starten. Das war auf jeden Fall nicht so ideal. Was, ich die Vögelpickmen, die vorher noch waren? Ach, da sitzt sie auch. Äh, stopp, stopp, stopp. Ach, komm, dann kann er jetzt gehen. Sorry, voll. War zwar so nicht geplant, aber macht ja nix. So, die sind schon draußen, okay? Die hier nicht. Können sie jetzt machen? Nix eigentlich, ne? Pickmen da oben holen. Aber auch nicht gerade. Ist hier noch so? Gegner. Was ist denn das für ein Wirbel? War so ein Pickmen? Die Gegner haben halt die ganzen Pickmen, ne? Ich geh da mal hin. Da scheint es Kristall zu geben. Da könnte ich ne Bombe gebrauchen. Ey. Was war der Scheiß? Mann. Alter. Jetzt reicht's aber auch. Der Pickmen ist weg, toll. Der Pichefelspickmen irgendwo. Die hier drunter, oder was? Wenn ich dann so, zack. Der Pickmen besiegt und mit dem Ultramotivier-Spray gekriegt, okay. Der Pick hat die Game schon gebrochen, perfekt. Warte mal da unten. Die hat die Bomben geholt, okay. Dann muss ich mal hier hingehen. So, zack. So, wir haben noch ein Pickmen im Boden. Bin ich richtig gepflückt, oder wie? Schau mal her. Oh. Digi, ah, bitte, dann doch. So. Und so. Und so. Ich hab' ein paar viele Bomben geholt da wohl, muss ich sagen. Boah, ich komm dir da wieder nicht hoch, ey. Ich könnte kotzen manchmal. Ehrlich. Komm mal jetzt hier lang. Du Feier, er ist ja schon da. Ich mach's mal da hinten hin, so den Pickmen hier. Perfekt. Du schmuckst dir die Kacke jetzt hier auch, so, zack. Ich mach's mal da hinten hin. Ich mach's mal bitte direkt hier, bitte nie. Geht's da hoch und mach' mir auch noch gut. Hier. Oh ja. Ja, folg dir doch nicht ein... Er sagt, ich mach' die den bescheuert. Das stimmt. Man fand immer auch schon, ey, die... Die mich so kotzt mich, sie sollen diese Metz. Ohne Scheiß jetzt. So krieg' ich die gleiche Platte, die nur. Woher raus jetzt hier, du Mistvieh? Bleib doch an jetzt. Hier lang. Ich hab' mir einen Flügelpick mit. Und der drauf da kommt. Patrick wird zurückgehen. Und wieder eins tot. Ey, das ist so ein Scheiß, ne? Klar, vielleicht irgendwie ein bisschen blöder an ist. Kann auch sein. Kann nicht ausschließen, aber... Selten hat mich eine mit Brom gekotzt wie diese, ey. Und wieder eins tot. Ey, das gibt's nicht. Hier, sich da einfach ein gesnackt hat und sich wieder verdrückt. Ey, kleiner Dreck-Sack hier. Als wäre das mal Dreck-Gerbel-Pickmen vermehrt oder blaue. Möcht' mal werbomben, ey. Das wär' mal ne Maßnahme. So, sind hier noch Gegner hier, jetzt machen wir mal ein bisschen auf. Da unten sind noch Blau-Pickmen drin, alles klar, die sind wieder nicht hochgekommen. Kommt her jetzt hier, Säcke. Wir machen jetzt noch die Picknaper da oben kaputt, komm. Für meine Maßnahme. Ist hier nicht noch Gegner? Ja, da unten ist einer. Ist hier nicht wohin? Ach, die. Weil das Ding falsch rumgedreht ist. Bitteschön. Ich glaube, die Bombe, du bist für ein Händel. Sieben. Kann ich auch nicht tragen. Ist hier noch ein Gegner oben? Stimmt, oder? Andi ist... Ach doch, da oben ist einer drin. Der gerade anscheinend nicht rauskommt. Hallo? Andi war das mal so. Können die Pickmen nicht ihr Scheißer wegtragen. Äh, der muss noch mitkommen. Da hinten. Kollege. Was siehst du? Ja, komm, dann können wir zuerst mal Brittany. Picknaper und Fliegenden. Gut, und so. Der nächste kommt. Immerhin auch schon eine Medaille, aber das wird nicht viel bringen. Ganz ehrlich. Ne, 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 ne. Ihr bleibt mal hier. Ey. Ihr sollt den Fallen landen, sag mal. Ach, scheiße, auf das Vieh da hinten. Das hole ich nicht mehr ab. Oh, falsch rum. Bin ich gerade hier hochgelangt? Achso, da habe ich das Ding gedreht. Stimmt, danach. Wird nichts. Also Silber kriege ich nicht mehr, glaube ich. Mich doch wundern, wenn doch... Ich bin hingekommen. Den hier eben auseinandernehmen, so zack. Und kurz vor Silber, okay. Und dann war Silber geschafft. War immerhin Silber. Ständig wieder alle. Die Rahmen. Ich habe fünf bis zum Blick mir noch gesehen, noch gelbe. Ne, also die Map gefällt mir null. Sag ich ganz ehrlich. Die liegt mir entweder nicht oder, keine Ahnung, weil die Viecher, die fliehen da runter. Die Pikmin ganz wahllos irgendwie, keine Ahnung. So, Kreaturenjäger. Schließt alle Missionen und besiege die Kreaturen mindestens mit Mausmedaille ab. Immerhin haben wir das geschafft. Ich denke mal, es gibt auch noch eine Medaille für jede Mission auf Platin oder was. Keine Ahnung. Oder zumindest jede Kategorie auf Platin. Ist nicht mein Ziel. Ganz ehrlich nicht. Kann man ja mal kurz gucken. Rang. Missionsmedaille. Gucken wir mal hier einfach rein. Herzblutabenteurer. Du hast eine beeindruckende Anzahl an Platin. Zehn Platinmedaille. Okay. Ich meine Medaille für. Und. Bossjäger. Alle Missionen und besiegen die Bosse. Mit mir ist das Brausmedaille. Ja gut. Darum kümmern wir uns ja noch. Aber die Medaille hier, die werde ich außen vor lassen. Leute. Tut mir leid. Ne, das ist mir echt. Reicht doch, wenn ich die eigentlich einmal spiele, oder? So, beim nächsten Mal geht es dann auf jeden Fall weiter mit Besiege die Bossgegner. Dann werden wir die Mission auch machen. An der Stelle denke ich euch fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mal, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl. Euer Basu Klausel.